So liebe YouTube-Freunde, was haben wir denn? Vorne ist der Bagger, der zwickt. Da ist der Roni am Hang. Ich zeige dir einen von runter. Genau. Hup, wenn man dazu in Ruhe steht. Ja, und was machen wir jetzt? Wie sagt immer Hups? Schneiden, Bam und Ham. Da oben. Das ist das Ropa. Da würde ich jetzt den Hang hinaufstiefeln, klettern. Und da würde man mal gucken, was man da hinten macht. Genau. Ja, Verkehrssicherung liegt hier an, weil Bam der Hang runterkommt. Und da gehört es halt allfach. Allfach, ich sage jetzt nicht dazu. Aber, dass die Straße gehört. So, jetzt gucken wir mal hinauf. Alles geil. Und dann gucken wir mal an. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020